Ich bin Tennisspielerin und zeige euch jetzt ein paar Übungen, die ihr daheim noch machen könnt. Jetzt machen wir mal Sit-Ups. Dann machen wir die Beinschere mit den Beinen. So, dann stellen wir auf und machen einen Hampelmantel und dann machen wir den Kniehebel auf, so schnell es geht. So, dann machen wir die Ausfallschritte. Jetzt gehen wir in den Unterarmstütz und heben immer ein Bein nach. Nach dem anderen. Und zum Abschluss probieren wir noch so viele gestützt wie wir schaffen. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020